Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Podcast von mir bzw. hier natürlich auch einem neuen YouTube-Video. Moin an die Leute, die auf YouTube zuschauen und auch natürlich moin an die Leute, die gerade nur auf Spotify zuhören. Der Spotify-Podcast ist auch unten in der YouTube-Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr auch gerne nochmal ein Follow da lassen. Ja, ich habe ja gesagt, ich möchte über Weihnachten ein paar mehr Podcast-Folgen für euch droppen, weil ich einfach Bock drauf habe. Im Hintergrund läuft hier quasi gerade ein Altrac Valley Gameplay, wie auch schon im letzten Podcast, weil ich es einfach für die YouTube-Zuschauer ein bisschen angenehmer mache, dass ihr noch ein schönes Gameplay im Hintergrund gelaufen habt. Und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich mal über meine persönliche Situation als Livestreamer in WWW Classic berichten. Über meine aktuelle Lage, über die Dinge, die falsch gelaufen sind seit dem Release von WWW Classic oder die ich so nicht vorhergesehen habe, die ich nicht erwartet habe, die sich anders entwickelt haben einfach, sei es gut oder schlecht. Und dann auch noch ein bisschen, ich möchte darüber sprechen, was ich jetzt quasi geändert habe und wie ich mir meine Streams und auch meine Videos fürs nächste Jahr quasi vorstelle. Darum soll es quasi heute gehen. Ein bisschen persönlicher, ein bisschen meine YouTube- Twitch-Aktivitäten. Das heißt, wenn ihr euch eher so für WWW Classic Themen und wirklich Inhalte, Notspiele interessiert, dann ist es vielleicht heute eher weniger etwas. Es geht heute sehr viel auch um Twitch, um YouTube. Wie es ist, als Streamer unterwegs zu sein, wenn man die Leute unterhalten möchte, aber auch noch selber privat spielen möchte. Streamsniping, Gildenaufbau, alles solche Dinge. Da möchte ich quasi heute mal drüber sprechen. Ich habe mit Livestreaming angefangen auf den Privatservern tatsächlich noch und hatte da auch immer so die Gefahr, dass man gewandt wird. Denn es wissen vielleicht auch viele nicht, Privatserver-Streamen war quasi auf Twitch nicht erlaubt, weil es quasi nicht von Blizzard ausging, das Spiel, sondern quasi von irgendwelchen privaten Leuten. Und da konnte man quasi tatsächlich auf Twitch für gebannt werden. Und deswegen war ich dann sehr froh, als die Ankündigung kam, WWW Classic kommt tatsächlich wieder. Und auch, ja, bin ich auch sehr froh seit dem Tag, wo ich wirklich einfach auf Twitch das ganz normale WWW Classic streamen kann, mehr oder weniger, ohne irgendwelche Konsequenzen oder irgendwelche Bedenken und so weiter. Und am Anfang habe ich einfach nur den Stream angemacht und gespielt. Da habe ich mir jetzt irgendwie nicht groß Gedanken gemacht, ob ich da irgendwie mit den Leuten rede oder ob ich mit denen reden möchte oder wie das so abläuft, ob man da irgendwie auf Fragen eingeht oder nicht. Ich habe einfach angefangen. Und das würde ich auch bei The Way, darum geht es zwar heute nicht, jedem von euch, der überlegt, mit Twitch oder generell im Internet oder wie, mit sowas anzufangen. Einfach anfangen, Leute. Fangt einfach an. Euer Content wird wahrscheinlich ein halbes Jahr erstmal scheiße sein. Aber da muss eigentlich jeder durch. Und danach rafft man dann ungefähr, worum es geht. Auf jeden Fall habe ich angefangen, einfach zu streamen. Und irgendwann haben dann mal ein paar Leute zugeschaut. Hat dann angefangen, sich mit den Leuten zu unterhalten. Und bei mir war es so, es war eine ganz interessante Geschichte. Ihr müsst euch vorstellen, mit dem Release von WoW Classic, davor schon eigentlich, die zwei Wochen davor, war ein unglaublicher Hype. Das wisst ihr wahrscheinlich auch noch. Also, es ging halt auch Retail-WoW relativ schlecht zu dem Zeitpunkt. Da geht es ja immer noch. Ich denke, dadurch wurde das irgendwie auch begünstigt so. WoW Classic war einfach in aller Munde in der kompletten WoW-Community. Wings nur noch um WoW Classic. Die ganzen größeren Streamer, YouTuber, wie auch immer, haben eine riesige, fette Welle geschoben. Wie geil der Classic war. Und die Classic-Erfahrung wird man wieder haben. Und, 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 und. Und, und, ganz ehrlich, dieser Hype, der hat natürlich auch auf so kleine Streamer wie mich abgefärbt. Und das hat man gemerkt in den View-Zahlen. Es wurden immer mehr. Zum Teil haben mir eine Woche vor dem Release, haben mir über 100 Leute auf Twitch zugeschaut. Das sind richtig gute Werte für die Zeit, die ich auf Twitch unterwegs war. Da war das eigentlich phänomenal eigentlich, dass man als so kleiner YouTuber und Twitch-Streamer so viele Zuschauer hat. So konstant auch, die immer wiedergekommen sind. Und es ging eigentlich immer nach oben. Ich habe zu dem Zeitpunkt gar nicht realisiert, wie krank-hype-abhängig generell YouTube, Twitch und so weiter ist. Das war mir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht klar. Aber auch, wie krank quasi ich davon profitiert habe, dass Classic zu dem Zeitpunkt quasi so gehypt ist. Also das wusste ich gar nicht, dass ich quasi auch, muss man wirklich sagen, unter anderem nur deswegen so viele Zuschauer auch hatte. Und es war für mich, als dieser Hype dann jetzt abgeflacht ist, und das hat so seinen Tiefpunkt so vor zwei, drei Wochen erreicht, wo ich dann auch selber das alles so ein bisschen verarbeitet hatte und realisiert hatte, war es halt echt eine schwierige Geschichte, muss ich euch vorstellen, wenn ihr immer nur, in Anführungszeichen, positives Feedback bekommt. Eure Videoaufrufe immer mehr in die Höhe gehen auf YouTube, immer mehr Daumen nach oben, immer mehr Videoaufrufe, immer mehr Leute, die kommentieren, immer mehr Leute, die auf Twitch zuschauen. Alles geht einfach nach oben, alles wird gut. Das ist ja quasi so, also Aufrufe und Daumen nach oben. Also vor allem die Aufrufe sind so passives, positives Feedback im Grunde genommen. Weil man einfach denkt, krass, immer mehr Leute interessieren sich dafür, mein Kanal wächst irgendwie, ich mache eine gute Arbeit, alles läuft top. Und dann kam so der Punkt, wo der Hype um WoW Classic immer weniger wurde. Ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie mega schlecht ist oder so, es spielen immer noch mega viele Leute das Spiel und viele haben noch Freude dran und so weiter, aber der Hype, dieser richtig übertriebene, kranke Hype, der war einfach irgendwann vorbei. Und das ist mit jedem Hype so. Das war bei Fortnite so, da hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert, oder auch bei einigen anderen Spielen so. Aber dieser übertriebene, kranke Hype, der ist immer irgendwann vorbei. Dadurch, dass ich ja quasi eigentlich auf YouTube, auf Twitch und so weiter noch relativ Neuling bin, war das für mich einfach eine sehr schwierige Situation zu realisieren, wow, es geht jetzt bergab mit deinem Kanal. Das war vor allem auf Twitch der Fall. Auf YouTube muss ich ganz ehrlich sagen, ist es halt einfach so, wenn man eine längere Zeit mal keine Videos macht, dann wird es durch den Algorithmus und auch einfach so von der Logik her sanktioniert, weil man einfach dann nicht so relevant ist so. Und ist ja logisch, dann gucken sich die Leute halt Videos von Leuten an, die Videos hochladen, was sollten wir auf einem Kanal machen, wo keine Videos kommen. Das heißt, auf YouTube war es nicht ganz so drastisch, aber auch da merkt man das schon ein wenig, dass natürlich auch da die Aufrufe und so weiter nach unten gehen. Noch drastischer war es aber auf Twitch. Da habe ich wirklich gemerkt, krass so, zum Teil hatte ich dann wirklich in Anführungszeichen nur, das muss man ja auch mal sagen, eigentlich ist es auch immer noch viel und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, dass mir zum Beispiel 30 oder 25, 20 Leute zuschauen. Das ist auch schon, das ist viel, wenn man sich überlegt, 20 Leute schauen einem stundenlang zu, wie man irgendetwas macht, irgendwas redet. Nur trotzdem ist es schwierig, das müsst ihr verstehen, wenn man vorher 100 Zuschauer hatte und einen Monat später hat man irgendwie 30, nicht, weil man damit nicht zufrieden wäre oder weil man sich dann nicht fame genug oder irgendein Quatsch, darum geht es gar nicht, sondern einfach nur, weil man denkt, man macht irgendwas falsch. Und man denkt so, es muss ja einen Grund geben. Auf einmal gucken nur noch 30 zu und nicht mehr 100, dann mache ich ja was falsch. Und auch der Aufruf an alle, die das Ähnliche erlebt haben, klar, man macht auch oft bestimmt Dinge falsch oder man macht sicherlich auch Fehler in diesen Bereichen. Das will ich auch gar nicht abschreiben, aber man muss auch einfach verstehen, dass der Hype einfach nach unten ging und dass dadurch einfach auch die Nachfrage und die Aufmerksamkeit für WWW Classic nachgelassen hat und dass deswegen natürlich auch weniger Leute auf Twitch am Start waren, weniger Leute Videos kommentieren und weniger Leute auch die Videos anschauen generell. Und da muss man einfach erstmal mit klarkommen, dass es nicht an einem selber liegt, auf jeden Fall nicht nur an einem selber, dass einfach das Interesse der Leute zurückgeht und man sich einfach weniger Leute für ihn interessieren. Und das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen doof an, aber es ist wirklich, ja, es ist einfach menschlich, denke ich, und auch einfach schwierig, sowas erstmal zu verstehen. Und das war eigentlich für mich so während der letzten drei, vier Wochen tatsächlich ein Thema, womit ich erstmal so mit klarkommen musste. Und synchron dazu eigentlich, zu dieser ganzen Geschichte mit Twitch, YouTube und so weiter, Social Media, Content Creator und hast du nicht gesehen, gab es dann noch die In-Game-Geschichte und auf die möchte ich jetzt mal zu sprechen kommen. Man hat natürlich seit dem Release von VV Classic und jeder von euch, der so ein bisschen Erfahrung gerade in Classic hat, der weiß es auch, unglaublich viel Zeit in das Spiel investieren müssen, um gewisse Dinge zu erreichen, die man erreichen wollte. Level 60, Epic Mount Farm, Best in Slot Gear Farm für die Raids und so weiter, damit man in eine gute Gilde kommt oder damit man in der Gilde gut mitarbeiten kann. Jetzt PvP, Gear Farm, Ranken und so weiter. Es gibt immer was zu tun, da braucht man wieder Gold. Das war mir auch, eigentlich auch dämlich, hätte ich auch in vorderen, natürlich ist ja logisch so, aber das war mir von vornherein nicht so klar, dass auch meine YouTube-Videos und auch meine Aktivität auf Twitch zum Teil darunter leiden wird, weil man einfach das Spiel spielen wird. Und, ähm, denn, bevor Classic da war, war ich auch schon auf Twitch, hab aber, ähm, ja, oft einfach Gameplay gezeigt auf Servern, wo ich irgendwie schon alles hatte und nicht mehr wirklich noch mega viel in der Woche grinden musste. Das heißt, ich konnte dreimal die Woche live gehen und die restliche Zeit konnte ich irgendwelche Videos machen. Ja, und das ging einfach nicht, weil man einfach das Spiel gespielt hat. Ne, und, ähm, ich wüsste es selber, es ist unglaublich zeitintensiv, hochleveln, ne, Goldfarm für das Epic Mount und so weiter und so fort. Es ist ja logisch, dass, wenn dann zum einen der Hype abflacht, das heißt, das Interesse der Spieler weniger wird, was jetzt auch nicht schlimm ist, also einfach eine natürliche Entwicklung, und man auch selber weniger Zeit in YouTube-Videos, Twitch-Streams und Vorbereitungen dessen und so weiter, Interviews und so weiter, die man in den Streams gemacht hat früher, ähm, wenn man das alles, Duell-Turnier hab ich ja immer noch nicht umgesetzt, will ich ja auch noch machen. Wenn man das alles nicht mehr macht, sondern einfach quasi die Zeit im Spiel verbringt, dann, ähm, braucht man sich auch nicht wundern, wenn es dann eben noch, Anführungszeichen, schlechter auf Twitch und auf YouTube läuft. Das sind so diese Dinge, und dazu kommt ja dann auch noch, quasi das jetzt bei mir im Speziellen, dass ich auch noch in die, ähm, Dusk und Dawn-Community quasi mit eingebunden war. Da habe ich nicht viel gemacht, will ich jetzt auch gar nicht schönreden, da haben andere viel, viel mehr gemacht, ähm, aber allein die Tatsache, dass von mir erwartet wurde, dass ich mehr mache, hat mich auch schon gestresst und hat auch schon dazu geführt, dass, äh, da auch noch Probleme gekommen sind, und deswegen ist jetzt unter anderem auch diese Community quasi in dem Sinne, wie wir sie am Anfang mal vorgehabt hatten, nicht mehr, äh, am Start. Die Ali-Gilde hat sich aufgelöst, haben ja einige auch schon von euch mitbekommen, also meine Ali-Gilde, wo ich eben auch mit in der Leitung drin war, äh, gibt es so in dem Sinne nicht mehr. Da ist quasi eine neue PvE-Gilde entstanden, und, ähm, das ist alles cool, habe ich auch öfter schon mal gesagt, wir sind dann quasi im Guten miteinander, haben das alles geklärt, und ich kann es auch verstehen, und wir haben auch einfach Fehler so gemacht, von der Struktur her, von dieser ganzen Community, aber es hat noch dazu geführt, dass diese ganze Community-Geschichte auch immer irgendwie so im Hinterkopf war, und immer irgendwie bearbeitet werden muss, und immer irgendwie auch Zeit gebraucht hat, um sich zu unterhalten und die Dinge zu besprechen, und jeder hatte 100 Fragen und so weiter und so fort. Wie gesagt, und diese ganze Konstellation von diesen ganzen Dingen, die so abliefen, hat einfach dazu geführt, dass sich das, ähm, das Spielerlebnis für mich persönlich, wenn wir jetzt wirklich nur mal über meine Situation darum, geht es ja in dem heutigen Podcast eigentlich reden, komplett verändert hat, und komplett auch von dem entfernt hat, was ich eigentlich vorhatte. Ähm, ich wollte immer so eine Community aufbauen, aber ich wollte eigentlich nur, das habe ich auch immer versucht sozusagen, ein Teil von dieser Community sein, der Teil, der eben, ja, schick weit in der Öffentlichkeit steht, der eben, ähm, das alles auf Twitch, auf YouTube bringt, aber ich wollte nicht wirklich das auch in dem Sinne leiten, ähm, das habe ich immer so geplant, aber es hat aber nicht wirklich funktioniert, so wie wir uns das vorgestellt haben, oder ich mir das vorgestellt habe. Naja, auf jeden Fall, jetzt die Frage natürlich, jetzt habe ich euch hier so lange voll geheult, natürlich alles, äh, meckern auf hohem Niveau, es ist auch gar kein Meckern eigentlich, es ist mehr so eine, euch mal erklären, wie das so von meiner Sicht war eigentlich, die Monate seit dem Release, und es ist immer gut, oder was heißt gut, es bringt nicht viel, wenn ich mich jetzt einfach nur darüber, in Anführungszeichen, beschweren würde, oder euch das erzählen würde, ohne was daraus zu lernen, weil man darf Fehler machen, so viel, wie ihr wollt, das Wichtige ist nur, dass man daraus lernt. Deswegen, ja, habe ich mir quasi jetzt so in den letzten Tagen, vor allem sehr viele, jetzt vor Weihnachten auch gerade, da wird man ja immer ein bisschen nachdenklicher und so, mir sehr viele Gedanken gemacht, wie ich eigentlich, ähm, ja, auf Twitch und auf YouTube wahrgenommen werden möchte, wie ich das Spiel spielen möchte, wie ich meine Streams gestalten möchte, wie ich mit euch sprechen möchte, wie ich mit euch interagieren möchte, so eine Art, mit den Leuten, die mir zuschauen und zuhören, und mir ist eigentlich klar geworden, ich möchte es als, ähm, eine viel entspanntere, Sache eigentlich alles haben. Ich möchte einfach derjenige sein, wo man in den Stream reinkommt, dass man weiß, ey, es wird ein angenehmer, chilliger Abend, wo man sich ruhig unterhalten kann, wo man nicht reinkommt und, ey Leute, ja hier, heute machen wir das und das und das und das und das, und dann hier wieder, nein, und irgendwelche fette, ballernde Partymusik im Hintergrund und so weiter, nein, in meinen Streams möchte ich mich eigentlich entspannen, und zwar gemeinsam mit den Leuten, die mir zuschauen, zuhören, wie auch immer. Vorbilder sind sicherlich vorhanden. Montana Black, in gewisser Art und Weise mit der Ehrlichkeit. Ist vielleicht manchmal ein bisschen zu ehrlich. So, Gronkh, was die Ruhe und Gelassenheit angeht und die Art und Weise, wie man sich spielerisch auch entspannt unterhalten kann. Das sind so meine beiden Vorbilder momentan. Naja, das geht jetzt gar nicht. Ihr müsst sie nicht mögen oder ich muss sie nicht mögen. Es geht gar nicht darum. Es geht einfach um die Art und Weise, wie die Streams an sich gestaltet werden. Ich habe eigentlich aus dieser ganzen Geschichte gelernt, dass ich einfach letztendlich meine Leidenschaft ist nicht WoW Classic. Hört sich jetzt vielleicht komisch an von einem oder anderen. Ist es sicherlich auch zu einem Teil, aber eben nicht nur. Meine Hauptleidenschaft ist eigentlich, irgendwas selber zu erschaffen. Sei es in dem Fall jetzt einfach nur YouTube-Videos in dem Fall. Und irgendwie den Leuten was mitgeben. So, meine eigenen Gedanken. Ja, wie ich einfach das Leben sehe und wie ich auch die Spiele sehe. Die Spiele. Auf jeden Fall. Das soll bei mir jetzt nicht so sein. Ich möchte kein Just-Chatting-Streamer werden. Gaming ist schon auch meine Leidenschaft. Es ist nur nicht so fokussiert auf das Gameplay an sich. Ich möchte auch einfach coole Unterhaltung haben mit euch über andere Themen. Auch abseits vom Gaming. Habe ich irgendwie auch gemerkt. Für mich auch ein ganz wichtiger Punkt irgendwie. Ich möchte nicht derjenige sein, der sich in seinen Streams immer nur über Ingame-Sachen unterhält. Sondern eben auch über andere Themen. Deswegen habe ich einfach gemerkt, dass ich so auf, also in den Ingame-Dingen, die man so machen muss quasi, musste ich einfach irgendwie zurückrudern. Das ging halt einfach nicht anders. Deswegen bin ich jetzt quasi auch in Anführungszeichen nur noch Mitglied einer Gilde. Wo ich auch nichts irgendwie mit der Leitung von den Gildern Mut habe. Einfach nur Mitglied, wo ich mit raiden kann, mit PvP machen kann, wie auch immer. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie befreiend das wirklich für mich war. Der Moment, wo ich mich einloggen konnte das erste Mal und einfach nur heilschreiben konnte im G-Chat. Und wusste irgendwie so, ey, keiner will was von mir in der Gilde so eine Art, was irgendwelche Aufgaben angeht. Und es ist sicherlich ein Stück weit egoistisch, so zu denken. Allerdings hat jeder Mensch das Recht darauf, seine Priorität dazu setzen, wo er sie setzen möchte. Und ich möchte sie einfach auf Twitch und auf YouTube legen bei mir. Denn ihr dürft auch nicht vergessen, ich habe auch immer noch ein Privatleben abseits von WoW. Und ich möchte auch, ganz ehrlich, mit dieser ganzen Geschichte hier, zumindest einen Teil auch meines Lebens Unterhalts verdienen. Und das kann man halt eben viel besser, wenn man da mehr Zeit reinsteckt. Und wenn man auch weniger Aufgaben in dem Spiel jetzt drin hat. WoW ist schon zeitfristig genug, ehrlich gesagt. Und da noch eine Gilde leiten, da ist es ein, da kann man, das kann man wirklich nur machen, wenn man YouTube, Twitch und so weiter wahrscheinlich Fulltime macht. Dann geht das vielleicht. Aber da ich einfach auch noch einen ganz normalen Job habe als Social Media Manager, wo auch nächstes Jahr viel abgehen wird. Kann ich einfach nicht eine Gilde irgendwie aufbauen und so weiter und Events starten, Fett. Und noch Content machen, richtig Fett für die Leute. Das geht einfach nicht, Leute. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen musste ich hier an der Stelle mich für den Weg entscheiden, der nun mal eben auch über WoW Classic hinaus mich noch begleiten wird. Was eben die Erstellung von YouTube-Videos und von Streams auf Twitch. Und mich quasi von dieser, ja, Gilden-Leitungsrolle irgendwie verabschieden. Gilden-Orga-Rolle, wie auch immer. Ja, und das ist eigentlich auch so das Fazit, was ich jetzt fürs nächste Jahr für mich gezogen habe. Weswegen ich quasi hier auch gerade Content vorproduziere für die Weihnachtstage, weil ich über Weihnachten quasi leider nicht live gehen kann, weil meine Eltern einfach reudiges Internet haben. Deswegen möchte ich da ein paar mehr YouTube-Videos und auch Spotify-Podcasts veröffentlichen. Dass ich einfach mich auch vor allem in meinen Livestream-Aktivitäten, wenn ich live auf Twitch bin, dann möchte ich mich einfach, und das ist auch ein Punkt, den viele nicht verstehen, dann möchte ich mich auf den Twitch-Chat konzentrieren. Die Leute haben dann meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Und nicht die Leute in meiner Gilde, in meinem Raid, in meiner Gruppe, wie auch immer im Voice oder so. Das ist einfach eine Art und Weise, wie ich streamen möchte, wenn ich live bin, dann möchte ich wirklich eine Unterhaltung mit den Leuten führen, die im Chat sind und mit niemandem anders so. Einzige Ausnahme ist eigentlich Interviews, wenn wir Interviews machen, Leute reinholen, die interviewen, das ist auch eine sehr coole Geschichte, weil man sich dann mit demjenigen, der ist dann wie so eine Gruppendiskussion mehr oder weniger, weil derjenige, den ich dann interviewe oder der dann irgendwie irgendwas vorstellt, sich ja auch noch mit mir und dem Chat explizit unterhält. Wenn ich allerdings mit jemandem PvP mache in WoW, der dann bei mir im Voice chillt und ich live bin, dann ist meine Aufmerksamkeit immer geteilt, einmal zwischen den Leuten im Chat und einmal zwischen dem, mit dem ich in der Gruppe bin. Und eine Seite leidet immer drunter. Also streamen Langstatt leidet, sagen wir kurz, es ist halt immer für beide Seiten nicht optimal. Derjenige, mit dem ich mich unterhalten möchte, vielleicht auch irgendwie normal, kann ich nicht so wirklich, weil ich den immer wieder unterbreche, weil im Chat irgendwas geschrieben wird und im Chat überlese ich vielleicht irgendwelche Fragen, weil ich mich gerade mit ihnen unterhalte. Und es ist einfach, habe ich einfach gemerkt, das stresst mich auch. Das ist für mich zu anstrengend, das bin ich einfach, vielleicht gibt es Streamer, die auch öfter mit anderen dabei im Voice chillen. Das ist ja auch für viele, so am Anfang auf Twitch, so eine Taktik, dass man sich mal jemanden mit ins Voice reinholt und mit ihm unterhält, damit eben so überhaupt auf dem Kanal so eine Unterhaltung überhaupt entsteht, wenn man einen toten Chat hat zum Beispiel. Aber ich bin einfach, ja, ganz ehrlich, glücklicherweise auch damit gesegnet, dass es eigentlich für mich jetzt in dem Sinne keinen toten Chat gibt. Es gibt eigentlich immer Leute, mit denen man sich unterhalten kann. Ne, vielleicht ganz am Ende mal oder so, dass da mal im Fall schon Ruhe ist oder so, das ist bei mir auch so. Aber da bin ich schon sehr, sehr dankbar dafür, dass es überhaupt so ist bei mir. Das ist auch nicht selbstverständlich. Aber ich habe einfach so für mich gemerkt, ich möchte einfach mich wirklich intensiv mit den Leuten unterhalten und einfach die Leute auch auf die Leute eingehen können. Und das kann ich nun mal einfach nicht, wenn ich 100.000 In-Game-Aufgaben habe, In-Game-Events leite und so weiter und so fort. Und das möchte ich einfach im nächsten Jahr noch mehr machen. Und ich habe jetzt eigentlich so in den letzten Wochen so auch meinen Frieden mit diesem ganzen, ja, Hype, Ende, wie auch immer, Thematik gefunden. Das kann man sich einfach, ja, ist halt so, ich habe jetzt nur noch 30 Viewer so im Schnitt. Es geht dann auch wieder bergauf. Es ist mir auch eigentlich vollkommen egal. Ich wollte nur klären, ich musste damit erstmal klarkommen, dass es immer bergauf ging und auf einmal geht es bergab. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, damit habe ich abgeschlossen. Habe jetzt gemerkt, so, und auch generell, das muss man auch erstmal realisieren, wenn man YouTube und Twitch macht. Es geht immer mal hoch und runter. Bei allen Dingen, bei den Einnahmen, bei den Klicks, bei den Aufrufen, bei dem... Manche Leute kommen, manche Leute kommen quasi vorbei und man unterhält sich wochenlang mit ihnen auf Twitch und dann kommen sie nie wieder. Ja, das ist einfach, jeder von uns hat ein eigenes Leben irgendwie so und ist vollkommen normal. Da braucht man sich nicht einbilden, nur weil jemand irgendwie mal subscribed hat bei jemandem oder so, dass der dann immer wieder kommt. Alles eine ganz normale Geschichte und Entwicklung. Und das musste ich einfach nur erstmal verarbeiten, weil es war einfach neu für mich. Ich kannte es noch nicht vorher. Und deswegen, im nächsten Jahr möchte ich einfach ganz entspannt dreimal die Woche, Donnerstag, Sonntag, Dienstag 18 Uhr, Punkt 18 Uhr. Ich versuche wirklich noch mehr pünktlich zu sein, auch einfach so ein Ding. Heute habe ich zum Beispiel wieder den Stream ausfallen lassen, weil es hat jetzt private Gründe und auch einfach jetzt Content-Gründe für Weihnachten, dass ich einfach auch die Videos hier vorproduzieren wollte. Möchte ich einfach dreimal die Woche einfach nur einen entspannten Abend haben und mich auch nicht mehr so fett drum kümmern, was ich ingame für Sachen zeige. Das primäre Ding bei mir soll einfach die Unterhaltung zwischen mir und den Zuschauern werden. Und deswegen war es einfach so, die ersten drei Monate waren extrem chaotisch. Extrem ging immer hin und her irgendwie. Und auch dann am Ende habe ich überlegt, was will ich machen? Was zeige ich den Leuten? Zeige ich den World, PvP und so weiter. Man muss auch erstmal so raffen, was man überhaupt für eine Person auf Twitch und auch in der Öffentlichkeit darstellen möchte. Wer will man sein? Womit sollen einen die Leute verbinden und so weiter? Und das ist nicht so leicht, da erstmal reinzukommen. Und ich bin eigentlich jetzt gerade so an einem Punkt angekommen, wo ich das so ein bisschen für mich persönlich herausgefunden habe. Da habe ich aber drei Monate letztendlich für gebraucht. Ja Leute, das war eigentlich die Podcast-Folge zu dieser ganzen Geschichte. Ich werde auch langsam zum Ende kommen. Wir sind jetzt so bei einer guten halben Stunde. Ich will immer so, dass meine Podcast-Folgen immer so maximal eine Dreiviertelstunde gehen. Ja, ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Ich glaube, viele denken immer so, Twitch-Streamer und so weiter, die machen einfach nur eine Kamera an, während sie spielen. Und das ist der einzige Unterschied. Aber wenn man es erfolgreich machen möchte, dann gehört da noch sehr viel mehr dazu. Da kommen noch andere Dinge dazu, wie kleine Unternehmen gründen für die Einnahmen, die man auf YouTube-Twitch hat. Man braucht entsprechende Designs. Man braucht Thumbnails für die Videos. Man braucht Twitch-Badges, Subscriber-Panels. Hast du nicht gesehen? Es gibt so viele Sachen, wo man mit irgendwelchen Designern zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Das muss man alles nicht machen. Nein, auf gar keinen Fall. Aber wenn man die ganze Geschichte erfolgreich und vernünftig machen möchte und auch die Leute zum Beispiel belohnen möchte, die ein-subscriben, mit coolen Sachen, coolen Inhalten, auch alles visuell schön dargestellt, dann ist es einfach alles Arbeit. Und auch das hat übrigens auch alles darunter gelitten, dass ich einfach so viel Zeit im Spiel verbracht habe und so wenig mit der Gestaltung von meinen Kanälen. Ich kann eigentlich wirklich froh sein, dass meine Videos überhaupt noch so viele Aufrufe haben, hätte ich gesagt gerade, weil ich einfach auch was Inhalte angeht, sehr wenig gebracht habe, zum Teil auf YouTube. Das tut mir auch irgendwie leid. Es war nur einfach von der Zeit her nicht mehr möglich. Ja, es ist echt eine spannende Phase gewesen, finde ich. Und war eine coole Zeit auf jeden Fall. Aber ich habe einfach gemerkt, ich musste ein paar Dinge ändern. Sondern ich musste wieder meinen Fokus mehr darauf legen, dass ich auch Content auf YouTube erstellen kann und auch auf meinen Twitch-Streams wirklich auch auf die Leute eingehen kann und nicht irgendwelche anderen Sachen immer im Hintergrund zu regeln habe. Ja. Natürlich erschwerend dazugekommen ist auch noch die ganze chaotische Situation mit Lucifron und generell den Deutschen und auch natürlich in europäischen Servern. Und ihr wisst es ja wahrscheinlich noch, oder viele wissen es vielleicht noch gar nicht mehr, am Anfang sollten ja gar keine deutschen Server kommen. Da sollten ja nur europäische Server kommen. Ich meine, das müsst ihr euch mal vorstellen. Da habe ich ja auch noch ein Video zu gemacht und auch dazu aufgerufen, dass wir auf jeden Fall deutsche Server brauchen. Und wie viele deutsche Server wir mittlerweile haben, die alle überfüllt sind. Also wie krank Blizzard da die Nachfrage unterschätzt hat eigentlich. Und es hat so viele Probleme hervorgerufen, gerade auf den deutschen Servern. Weil alle sich irgendwie so auf Lucifron versammelt hatten. Und die haben krankes Ungleichgewicht mittlerweile von Ali Horde. Auch nochmal verstärkt durch die World PvP-Kacke der letzten Wochen. Da hatten wir ja auch hochgelevelt, dann Level 35 nochmal gequittet auf Lucifron. Dann auf Patchwork neu angefangen und so weiter und so fort. Auch alles so Sachen, die viele Leute von unserer Community schon, ja, wo sich viele abgespalten haben und so weiter. Och Leute, es war echt nicht einfach. Der Release von WoW Classic war leider sehr, sehr unglücklich. Und bitter im Nachhinein. In dem Sinne, das war die Podcast-Folge heute zu meiner persönlichen Live-Streaming-Twitch-YouTube-Situation. Und in-game eben auch. Die Leute, die auf YouTube zugeschaut haben, können gerne in den Kommentaren mal ihre Meinung dazu sagen. Auch gerne, nehmt da kein Blatt vor dem Mund, wenn ihr sagt, ich heult zu viel rum. Oder irgendwie sagt, ihr könnt das oder das nicht verstehen. Sagt mir da auch gerne, was ihr da denkt in dem Bereich. Die Leute, die auf Spotify zugehört haben, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt. Und schaut auch gerne mal auf YouTube vorbei. Lasst einen Kommentar da. Folgt auch dem Podcast auf Spotify. Das hilft mir auch sehr. Lasst eine Bewertung da. Und in dem Sinne, ja, würde ich sagen, ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick gegeben in meine aktuelle Lage. Und ich bin positiv gestimmt, Leute. Ich habe mega Bock auf die ganze Geschichte. Nur mussten sich einfach ein paar Dinge ändern, damit ich wirklich den Fokus wieder auf das legen kann, was mir wirklich wichtig ist. Und das einfach guten Content abzuliefern. Und mit euch gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Dreimal die Woche auf Twitch. Das ist mir jetzt auch immer besser gelungen, finde ich, in den letzten Tagen. In dem Sinne freue ich mich wirklich, im Januar dann wieder richtig schön durchstarten zu können. Auch einen neuen Stuhl dann wahrscheinlich. Endlich mal einen Gaming-Chair werde ich mir wahrscheinlich holen. Und ja, das quasi auch, ja, ich diese ganze Geschichte einfach hinter mir lassen kann. In dem Sinne würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Podcast. Das war es mir zum nächsten Video und euch noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.